Peter hat sie hier so richtig den ganzen Arm in der Nähe. Das ist ja so. Mich hat heute Morgen eine Scheißbette erbautiert. Das ist geblutet. Das ist auch gar nicht ein Schiff, sondern dieser Tiefel. Ja, krass. Ressie, warst du die Bank her und klein? Ja. Du bist jetzt von Köln, du gekatzt. Die fällt aber nicht mehr.